Ein Grund, warum ich mich seit der Kindheit mit technischen Dingen beschäftige, ist die Neugier. Ich wollte schon immer genauer wissen, wie etwas funktioniert. Und eine der Fragen war, wie ist es möglich, drahtlos Nachrichten zu übermitteln. Rundfunk, Fernsehen. Darum soll es in den Grundlagen der Rundfunktechnik gehen. Das Zauberwort lautet elektromagnetische Wellen. Mit denen werden wir uns heute beschäftigen, wie sie entstehen, wie sie sich ausbreiten und wie sich die verschiedenen Wellenbereiche unterscheiden. Technik Selbsterlebt Hallo und herzlich willkommen bei Technik Selbsterlebt. Wieso eigentlich elektromagnetische Wellen? Seit James Clerk Maxwell wissen wir, dass sich Elektrizität und Magnetismus nicht voneinander trennen lassen. Ein sich änderndes elektrisches Feld zieht auch immer ein Magnetfeld nach sich und umgekehrt. Erzeugen können wir elektrische Schwingungen in einem Schwingkreis. Dabei entsteht in der Spule ein Magnetfeld und zwischen den Kondensatorplatten ein elektrisches Feld. Zieht man die Kondensatorplatten auseinander, nehmen die elektrischen Feldlinien mehr Raum ein und können sich lösen und in den Raum ausbreiten. Verkleinert man die Kondensatorplatten und zieht auch noch die Spule auseinander, bleibt ein einfacher Leiter, der sogenannte herzsche Dipol, der immer noch eine, wenn auch sehr geringe Kapazität und Induktivität hat. Die elektrischen Feldlinien spannen sich zwischen den beiden Enden auf, während sich das Magnetfeld kreisförmig um den Leiter ausbreitet. Beide Felder stehen senkrecht aufeinander. In unserem Fall ist das elektrische Feld vertikal ausgerichtet, weshalb man von einer vertikal polarisierten Welle spricht. Dreht man den Dipol um 90 Grad, ist die Welle horizontal polarisiert. Das spielt eine Rolle beim Empfang, der auch wieder durch einen Dipol erfolgt, an dem die elektromagnetische Welle eine Spannung erzeugt. Für einen optimalen Empfang müssen Sende und Empfangsantenne gleich ausgerichtet sein. Bevor man sich eine leistungsfähige Empfangsantenne installiert, sollte man sich also erkundigen, wie die Sendung ausgestrahlt werden. In der Vergangenheit wurden viele analoge Rundfunk- und Fernsehprogramme horizontal polarisiert. Die digitalen terrestrischen Programme werden heute meist vertikal abgestrahlt. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel bei mir die DAB-Programme vom Berliner Fernsehturm. Sehen wir uns mal den Bereich der elektromagnetischen Wellen an. Was gehört dann alles dazu? Das Spektrum beginnt mit den niederfrequenten Wechselströmen. Angefangen mit unserer Netzwechselspannung bis zum hörbaren Tonfrequenzbereich. Dann folgt der Bereich der Rundfunkfrequenzen, die für die Nachrichtenübertrauung genutzt werden. Dann die Mikrowellen, die beispielsweise beim Radar benutzt werden. Die Terahertzstrahlung und dann die Infrarot- oder Wärmestrahlung. Danach dann der Bereich des sichtbaren Lichtes und der UV-Strahlung. Je höher frequenter die Strahlung wird, umso energiereicher und schädlicher wird sie für den menschlichen Körper. Das weiß jeder, der schon mal einen Sonnenbrand hatte. Schuld daran ist nicht die Wärme, sondern die Ultraviolettstrahlung. Noch energiereicher sind dann die Röntgen- und Gammastrahlen, die den Körper durchdringen können. Betrachtet man die Skala eines alten Rundfunkempfängers, findet man neben den Frequenzangaben auch eine Längenangabe in Metern, die Wellenlänge. Jetzt könnte man meinen, es gibt einen festen Umrechnungsfaktor. Ganz so ist es aber nicht. Was ist denn die Wellenlänge? Wenn sich die Welle im Raum ausbreitet, nimmt man die Länge, die eine komplette Schwingung im Raum einnimmt. Anders ausgedrückt, die Wellenlänge ist die Entfernung, die eine elektromagnetische Welle während einer kompletten Schwingung zurücklegt. Und damit ist der Umrechnungsfaktor klar. Die Wellenlänge hängt von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle ab und die ist wiederum abhängig vom Medium. Maxwell berechnete, dass sich elektromagnetische Wellen im Vakuum genau mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, also mit rund 300.000 km pro Sekunde. Einfluss auf die Geschwindigkeit von elektromagnetischen Feldern haben zwei Größen, die wir vom Kondensator und der Spule kennen. Die Permeabilität µ und die Influenzkonstante µ. Im Vakuum sind das die beiden Naturkonstanten µ0 und µ0. In anderen Stoffen kommt ein materialabhängiger Faktor dazu. µr und µr in Luft sind rund eins, sodass man auch in der Atmosphäre von der gleichen Geschwindigkeit wie im Vakuum ausgehen kann. Die Umrechnung auf der Skala bezieht sich also auf die Lichtgeschwindigkeit. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit unter Wasser ist aber zum Beispiel nur ein Neuntel so groß. Aus dem 41-Meter-Band würde so das 4,5-Meter-Band werden. Ganz anders sieht es mit der Wellenlänge von Schallwellen aus, die sich ja nur mit etwa 340 m pro Sekunde fortbewegen. Während eine elektromagnetische Welle mit einer Frequenz von 10 kHz eine Länge von rund 30 km hat, bewegt sich ein 10 kHz Ton in einer zehntausendste Sekunde gerade mal 3,4 cm weit. Da niederfrequente elektromagnetische Wellen nicht sehr weit kommen, benutzt man höherfrequente Wellen als Träger für die Information. Die Ausbreitung erfolgt im Wesentlichen auf zwei verschiedenen Wegen. Es gibt eine Bodenwelle, die der Erdoberfläche folgt. Wie gut sie sich ausbreitet, hängt von der Frequenz und der Leitfähigkeit des Bodens ab. Also über Wasser kommt die Welle weiter als in der Wüste. Das zweite ist die Raumwelle, die sich mehr oder weniger geradlinig ausbreitet und auf der Erde nicht viel weiter kommt als bis zum Horizont. Um die Raumwelle noch in größerer Entfernung aufnehmen zu können, muss die Empfangsantenne sehr hoch angebracht werden. Die Rundfunkwellen werden mehr oder weniger willkürlich in verschiedene Bereiche unterteilt, entsprechend der Frequenz bzw. der Wellenlänge. Was die Eigenschaften und die Ausbreitung der Wellen angeht, sind die Übergänge natürlich nicht abrupt. sondern fließend. Beginnen wir im unteren Bereich mit den Langwellen. Damit meint man Wellen mit einer Länge von 1 bis 10 Kilometern. Das entspricht Frequenzen von etwa 30 bis 300 Kilohertz. Die Ausbreitung erfolgt vor allem über die Bodenwelle. Bei entsprechender Sendeleistung überbrückt man Entfernungen bis zu 2000 Kilometer. Da die Größe der Senderantennen von der Wellenlänge abhängig ist, waren Langwellensender nicht zu übersehen. In einigen Ländern wurden Langwellen nie für den öffentlichen Rundfunk genutzt, z.B. in Amerika oder Südostasien. In Europa war der Bereich von 148,5 Kilohertz bis 283,5 Kilohertz für den Rundfunk vorgesehen. Besonders in der Zeit des Kalten Krieges kam der Langweller eine besondere Bedeutung zu, denn es war möglich mit nur einem Sender weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus Propagandasendungen zu verbreiten. Inzwischen ist in Deutschland der Langwellenrundfunk eingestellt. Von Bedeutung ist noch der Zeitzeichensender DCF77 auf 77,5 Kilohertz im hessischen Mainflingen, der unter anderem eine Armanduhr mit der genauen Zeit versorgt. Nur mit der Langwelle ist es möglich, ganz Europa auf nur einer Frequenz zu versorgen. Es wäre unpraktisch, wenn man die Uhren immer erst auf die Frequenz des lokalen Zeitsenders abstimmen müsste. Außerdem können Langwellen sehr gut in Gebäude eindringen. Deshalb brauche ich für meinen Funkwecker keine Außenantenne. Das Rundfunkband schlechthin war über Jahrzehnte die Mittelwelle. Das ist der Bereich von einem Kilometer Wellenlänge bis 100 Metern oder 300 Kilohertz bis 3 Megahertz. Dem Rundfunk teilte man den Bereich ab 525 Kilohertz zu. Die obere Frequenz wurde wegen der großen Nachfrage im Laufe der Zeit immer weiter nach oben verschoben, bis über 1700 Kilohertz. Die niedrigste in Europa benutzte Frequenz hatte der Bayerische Rundfunk auf 520 Kilohertz aufgrund einer Sondergenehmigung, die für leistungsschwache Sender möglich war. Auch die Mittelwellensender wurden inzwischen weitestgehend abgeschaltet. Bei den niedrigen Frequenzen verhalten sich die Wellen ähnlich der Langwelle. Der Empfang von Ortssendern erfolgt hauptsächlich über die Bodenwelle, die aber nur noch etwa 250 Kilometer weit reicht. In den Abendstunden kann man vor allem auf den höheren Frequenzen auch weiter entfernte Stationen empfangen, denn die Ausbreitung nähert sich schon sehr der der Kurzwelle an. Ursprünglich wurden die Kurzwellen kommerziell nicht genutzt, da man sie für unbrauchbar hielt. Deshalb gab man sie als Spielwiese für die Amateurfunker frei. Wir reden hier über den Bereich von 3 bis 30 Megahertz oder 100 bis 10 Meter Wellenlänge. Die Amateurfunker zeigten dann, was in der Kurzwelle steckt, denn sie konnten mit sehr geringen Sendeleistungen unglaubliche Entfernungen überbrücken. Nachdem man das Potential der Kurzwelle erkannte, verbannte man die Amateurfunker auf wenige schmale Frequenzbänder, zum Beispiel das 80, 40, 20, 15 oder 10 Meter Band. Wer da mal reinhören möchte, vor allem auf dem 80 Meter Band, wird man viele lokale, also deutschsprachige Stationen finden. Die höherfrequenten Bänder werden eher für Fernverbindungen benutzt. Kommerzielle Rundfunksender auf Kurzwelle waren weltweit zu empfangen. Auch hierfür wurden nur schmale Frequenzbänder vergeben, wie zum Beispiel das sogenannte Tropenband auf 60 Meter, das 49 Meter Europaband und so weiter. Aber wie ist es möglich, mit der Kurzwelle solche Weitverbindungen herzustellen? Die Bodenwelle spielt keine Rolle mehr, denn bei etwa 50 Kilometern ist Schluss. In der oberen Atmosphäre gibt es eine elektrisch leitfähige Schicht, die Ionosphäre. Wie der Name schon sagt, werden die Luftmoleküle durch Sonneneinstrahlung, aber auch durch kosmische Strahlung ionisiert. Die Raumwelle hat die Eigenschaft, dass sie, wenn sie in einem bestimmten Winkel auf die Ionosphäre trifft, von ihr reflektiert und zur Erde zurückgeworfen wird. So kann sie auch in sehr großer Entfernung empfangen werden. Zwischen dem Punkt und der Reichweite der Bodenwelle kann es einen Bereich geben, in dem kein Empfang möglich ist, eine tote Zone. Bei guter Bodenleitfähigkeit kann die Welle dann auch an der Erdoberfläche gespiegelt werden, dann wieder von der Ionosphäre und so weiter. Auf die Art und Weise ist es möglich, dass das Kurzwellensignal die komplette Erde umrundet. Bevor Nachrichtensatelliten die Erde umkreisten, war es nur mit der Kurzwelle möglich, jeden Punkt der Erde zu erreichen. Der Empfang kann sehr stark schwanken, da die Ionosphäre sich ständig verändert und abhängig ist von der Tageszeit oder der Sonnenaktivität. Wer das Feeling des analogen Rundfunks noch erleben möchte, der hat dazu eigentlich nur noch auf der Kurzwelle die Gelegenheit. Analoger Rundfunkempfang ist noch möglich im Bereich der Ultrakurzwellen, aber auch hier stehen die Zeichen auf Abschaltung. Die Wellenlängen liegen zwischen 10 und 1 Meter, das sind Frequenzen zwischen 30 und 300 Megahertz. Die Ausbreitung erfolgt nur noch über die Raumwelle, nahezu geradlinig. Man erreicht Entfernungen von maximal 200 Kilometern, solange keine Hindernisse im Weg stehen. Durch Gebirge oder hohe Gebäude werden die Wellen blockiert oder sogar reflektiert. Die Welle gelangt jetzt über zwei verschiedene Wege mit unterschiedlicher Laufzeit auf die Empfangsantenne, was zu Überlagerungen und Interferenzen führen kann. Beim analogen Fernsehen führte das zu den gefürchteten Geisterbildern auf dem Bildschirm. Um große Entfernungen zu überbrücken, platziert man die Sender auf hohe Berge oder Sendetürme. Außerdem wurden in bestimmten Abständen Umsetzer installiert, die das Signal aufnehmen und auf einer anderen Frequenz wieder ausstrahlen. Deshalb ist der gleiche Sender in verschiedenen Gebieten auf unterschiedlichen Frequenzen zu empfangen. Das UKW-Rundfunkband erstreckt sich von 87,5 bis 108 Megahertz. Darunter und darüber liegen die VHF-Bänder, die vom analogen Fernsehen genutzt wurden. Das VHF-Band 3 wird heute von DVB-T und DAB-Plus-Sendern genutzt. Wer noch seine alte VHF-Fernsehantenne hat, kann sie dafür nutzen. An den UKW-Bereich schließen sich dann die Dezimeter- und Zentimeterwellen an. Hier tummeln sich weitere DVB-T-Sender, die Mobilfunknetze und die Satellitenübertragung. Je höher die Frequenzen, umso mehr breiten sie sich wie das Licht aus. Die Wellen können auch nur schwer in Gebäude eindringen, was einen vernünftigen Rundfunk- oder Handyempfang in Stahlbetonbauten schwierig macht. Das soll als kleiner Überblick reichen. Ich bin gespannt, was aus den nicht mehr genutzten Wellenbereichen wird. Bemühungen, die langen und Mittelwellen für Sender kleiner Leistung, sogenannten Grundstücksendern freizugeben, wie in anderen Ländern, liefen bisher ins Leere. Wir sollten den analogen Rundfunk nicht ganz vergessen. Wer weiß, wofür das noch gut sein kann. Im Gegensatz zur Digitaltechnik ist es damit möglich, mit sehr geringem technischen Aufwand eine Funkverbindung herzustellen. Das werden wir uns dann in der Fortsetzung ansehen, wo es um die erste Modulationsart, die Amplitudenmodulation geht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns dann wieder in Teil 2 der Rundfunktechnik. Das war's. Wir sehen uns dann von Vestüэ 힘들. Wir sehen uns dann über 2,0 Bonw Johann und refreshing für das Spiel. Bis zum nächsten Mal.